nicht der weisheit letzter schluss ja heute geht es darum wie er raspberry pi os beziehungsweise debian elf images für ein raspberry pi etwas anpassen könnt das habe ich schon mal so ähnlich gemacht als ein auto vor ungefähr ziemlich genau ein nein zwei jahren und jetzt gibt es dasselbe noch mal in aktualisierter form hier als video erstmal grundsätzlich die frage warum sollte man das machen und wie passe ich meine images an ich nehme dabei jeweils bloß kleine änderungen vor denn diese images haben auch nicht so viel zusätzlichen speicherplatz noch frei so dass man jetzt großartig was mit reinpacken könnte aber für die anpassung von so ein paar einstellungen funktioniert das ganz gut zum einen setze ich eine statische netzwerk ip adresse für ja die raspberry pi netzwerkkarte der drin ist so dass ich das in mein testnetzwerk einfach so integrieren kann das wird einmal hier in die etc network interfaces reingeschrieben das ist eine konfigurations datei die es unter raspberry pi os unter debian und eben unter vielen derivaten eben auch so gibt dann deaktiviere ich ipv6 das hat mir häufiger mal probleme bereitet also deaktiviere ich das ich habe es in meinem netzwerk sowieso hier nicht vorhanden von daher weg damit was ich auch deaktiviere ist awa hi das macht auch probleme wenn man jetzt kein dhcp server hat dann versucht dieses awa hi irgendwie ip-adressen auszuwürfeln dann hat man irgendwie so eine ip-adresse 1 6 9 2 5 4 4 8 und irgendwas dahinter und diese ip-adresse die ist zusätzlich zur richtigen ip-adresse auf demselben interface was zur folge hat dass das ganze überhaupt nicht funktioniert also das routing klappt nicht und das netzwerk funktioniert insofern nicht also awa hi muss weg sonst hat man problem wenn man kein dhcp server hat der schon von vornherein ip-adressen verteilt das trage ich unter etc rc local ein das ist eine datei die aufgerufen wird und skripte enthält die ja beim hochfahren eben ausgeführt werden sollen das ist so eine ja quasi schon historisch angestaubte sache das hat man quasi früher so gemacht aber diese datei die kann man immer noch so verwenden und systemd führte eben auch noch aus dann aktiviere ich ssh damit ich eben nach dem schreiben von dem image dann packe ich die sd karte eben in den raspberry pi ein und schließe ich das netzwerk kabel an habe keinen monitor oder tastatur daran also ich möchte sofort ein ssh haben mit der statischen ip-adresse die ich hier vergeben habe und möchte halt von einem anderen rechner darauf zugreifen und eben diese ganzen einstellungen die brauche ich halt damit ich da überhaupt hinkommen und das ist auch wirklich jedes mal funktioniert und dann setze ich auch noch das passwort für den benutzer root und für den pay benutzer den standardmäßig unter dem raspberry pi os gibt auf test ja das ist das was mein skript eben macht das sind diese anpassungen an einem vorhandenen image vor und da gucken wir auch noch mal rein und genau mein anpassung skript das heißt eben so das nimmt eben diese einstellung die wir gerade eben hatten einmal vor an einem vorhandenen image über den link hier in den folien könnt ihr das skript runterladen guckt natürlich wie immer einmal rein bevor es ausführt und damit könnt ihr die änderung an so einem raspberry pi os image vornehmen oder ich habe es auch mit dem debian 11 raspberry pi image probiert in verschiedenen versionen das funktioniert genauso und das skript führt ihr als gut aus damit ihr erstmal an so ein image rankommt ladet ihr euch das einfach runter also das hier ist so ein raspberry pi os image das heißt immer so ein bisschen anders je nachdem wie die versions nummer da ist das ist hier jetzt aus dem april gibt bestimmt jetzt ein neueres und das müsst ihr erst mal entpacken mit xz das ist so ein kompressions und dekompressions programm und dann habt ihr hinterher eben nicht diese xz komprimierte variante von dem image sondern eben die entpackte die bloß noch img heißt dann lasst ihr eben mein skript darauf los also punkt schrägstrich skript name dann frei fällt dazwischen wenn das alles in eine zeile passt und dann wie dieses image gerade heißt nachdem das skript einmal durchgelaufen ist bekommt ihr jetzt ein angepasstes image das wird auch komprimiert aber eben jetzt mit gz also mit gzip und wenn ihr das jetzt hinterher auf eine sd card oder ein usb stick oder eine ssd schreiben möchtet dann verwendet ihr dies ganz zip das entpackt das ganze mit minus c dann wird dieser entpackte datenstrom gleich an dd weitergegeben durch diese pipe und das ganze wird eben auf dem ausgabe gerät also output file unter def irgendwie sd oder wie auch immer das gerät jetzt heißt auf das ihr schreiben wollt einfach drauf geschrieben passt genau darauf auf dass ihr auch wirklich das richtige hier erwischt also nicht dass ihr jetzt eure systempartition damit überschreibt oder eure systemfestplatte ssd oder sonst was also da überprüft dd das ganze eben auch nicht also schreibt wirklich die daten einfach drauf ansonsten gibt es eben auch grafische tools dafür um sowas drauf zu schreiben balea etcher oder so heißt dieses dings hatte ich in einem anderen video auch mal ausprobiert also damit könnt ihr es genauso schreiben und das hier wäre jetzt die kommandozeilen variante für diejenigen die wissen was sie tun und die auch das richtige device herauskriegen werfen jetzt auch noch mal ein blick in sie das skript hier ich habe das jetzt eher wenig kommentiert weil es eher so eine interne sache ist die ich mal hier eher nur für mich gemacht habe aber ich erkläre das jetzt so ein bisschen wir haben hier img das ist eine variable also das ist die variable die diesen namen der image datei aufnimmt und über die kommandozeile wird ja ein parameter übergeben und den kriegt man eben über dieses dollar 1 abgegriffen und damit das so ein bisschen zugänglicher ist kopiere ich den werthalt in die variable img um dann habe ich hier ein mount punkt eben auch wieder als variable lege ich unter tmp raspberry pi image set static ip enable ssh an und falls sich eben auf die mehr oder weniger blöde idee kommen sollte das skript gleichzeitig mehrfach auszuführen wird auch jedes mal hier durch dollar dollar die prozessnummer eben mit hinten angeklebt also das erste skript läuft dann vielleicht unter der prozessnummer 1000 und wenn ich dann doch gleichzeitig ein weiteres skript starte ist das vielleicht die 1005 und so bekommt jedes ein eigenes verzeichnis für diese arbeitsdaten bevor wir jetzt anfangen irgendwas mit diesem image zu machen wird erstmal überprüft über file ob das ganze überhaupt ein richtiges image ist und ob es partitionen hat und es müssen exakt zwei partitionen sein also diese raspberry pi images die haben immer zwei partitionen also ob das jetzt das vom raspberry pi os ist oder das von debian 11 wir haben einmal so eine boot partition wo ja so ein bisschen der bootloader drauf ist so ein paar grundlegende dateien und dann haben wir eben eine weitere partition wo halt das betriebssystem drauf ist wo die ganzen anwendungsdaten drauf sind die heimatverzeichnisse und so weiter und so fort also es gibt immer zwei partitionen bei dem debian und dem raspberry pi os was ja eigentlich auch bloß ein debian fork ist bei anderen distributionen die ich halt hier mit überhaupt nicht unterstütze mag das anders sein dass die halt mehr partitionen haben aber es ist eben nur dafür gemacht also zwei partitionen müssten schon sein dann verwende ich hier dieses programm kpart x dem kann ich so eine image datei vorwerfen und dann legt es mir geräte dateien an und über diese geräte dateien die unter def mapper auftauchen kann ich denn auf diese partitionen direkt zugreifen die sich in diesem image befinden also ich kann ja auch wirklich normal mountain und alle änderungen die ich denn über das eingehengte dateisystem halt vornehme die landen direkt in dieser image datei und das mache ich mir halt denn zu nutze und hier drüber wird dann halt überprüft ob diese geräte dateien schon angelegt sind und wenn nicht wird er halt noch mal eine sekunde gewartet und dann wird noch mal gewartet vielleicht also das geht eben nicht sofort ohne zeitverzögerung das dauert eine gewisse zeit bis es da ist geht relativ schnell aber es ist eben nicht sofort muss man eben drauf warten dann lege ich hier mit mkdir mein temp verzeichnis was wir hier oben definiert haben einmal an denn dieses verzeichnis gibt es ja noch nicht weil wir da unsere prozessnummer drin haben dann gebe ich mir hier einmal aus wie diese geräte dateien für die zwei partitionen in dem image heißen und dann mache ich so eine schleife da drüber und gucke eben einmal die erste partition mir an nehme da diesen geräte namen raus und bildet mir daraus den kompletten device namen also den kompletten geräte namen also aus def mapper und wie das ding auch immer heißt dann so ein paar leerzeichen damit man das besser sieht dann versuche ich das ganze einmal zu mounten also das gerät was entweder auf die erste oder die zweite partition in dem image zugreift mounte ich in dieses temporäre verzeichnis rein und dann fange ich an zu gucken das zu analysieren ich habe zum einen ja dieses diese boot partition wo eben andere dateien liegen zum beispiel cmd line punkt txt die gibt es eben bloß auf dieser boot partition und dort kann man eben verschiedene parameter vornehmen und zum beispiel sagen hier ipv6 soll deaktiviert werden dann wird dieser zusätzliche kernel parameter hier genommen und wird vorne an diese cmd line txt datei angehängt wenn wir jetzt hier die partition haben die das betriebssystem enthält dann haben wir darunter eben etc rc local und dort baue ich verschiedene dinge ein denn ich bekomme keine pakete hier deinstalliert an dieser stelle also was ich machen kann sind relativ einfache sachen ich kann dateien verändern ich kann löschen und ich kann sowas wie apt nicht aufrufen dass das klappt hierbei nicht vielleicht mit irgendwelchen ekligen tricks dass ich mit qemo arm emulieren würde das denn da rein packen und so mag alles gehen wäre aber höchst kompliziert von daher beschränke ich mich darauf in der datei hier etc rc local ein skript einzutragen was beim nächsten start änderungen vornimmt dieses skript beginnt dann hier und geht bis da da sind jetzt einige dinge drin das hatte ich mal ausprobiert das hat so nicht funktioniert aber falls ich es nochmal brauche darum ist es immer noch aus kommentiert drin da dieses skript der bei jedem hochfahren auch wieder neu ausgeführt wird mache ich mir eine variable die ich auf einen wert größer als 0 setze wenn das system veränderungen vorgenommen hat die einen neustart eben erfordern am anfang ist es eben auf 0 gesetzt diese reboot variable und wenn da irgendwelche änderungen vorgenommen werden die halten wie gut brauchen wird das eben auf 1 hochgezählt und nicht nach jeder änderung gibt es ein reboot was ich jetzt als erstes mache ist hier den awahi demon einmal zu deaktivieren und über mask stelle ich das auch so ein dass er halt nicht wieder aktiviert wird durch irgendwelche skripte oder sonst was also mask meißelt das quasi erstmal in stein so dass der nie wieder gestartet wird beim system start und ich sage einmal stopp hier also ich möchte ihn auch sofort deaktivieren dasselbe mache ich mit dem dhcp cd also das ist ein dhcp client der eben auch probleme macht wenn ich kein dhcp server im netzwerk habe aber ich möchte ja bei mir eine statische ip adresse direkt setzen und so dass es mit dieser ip adresse immer funktioniert also selbe schema disable mask stop und dieses demon reload das brauchte ich weil sich da irgendwo was geändert hat an diesen service dateien und mit diesem demon reload teilt man systemd mit ja liest die dateien noch mal ein und dann erst mach weitere änderungen damit das mag sein dass es an dieser stelle überhaupt nicht gebraucht wird oder nicht mehr gebraucht wird von daher ja könnt ihr es wahrscheinlich aus kommentieren oder lasst es drin also es dürfte keinen unterschied machen eventuell tut es irgendwelche sinnvolle dinge oder eben auch nicht dann habe ich hier was weiteres was auch noch mal den awahi demon stoppen soll also das hat nicht immer so sauber funktioniert von daher gibt es auch doppelungen und mehrfach dinge drin und in dieser variante funktioniert es aktuell aber wie gesagt hier nicht der weißheit letzter schluss bei diesem skript wieder mal ganz besonders macht es anders macht es besser ihr müsst halt mal gucken wie ob das funktioniert und mit der nächsten version von dem raspberry pi os oder debian 11 neues image oder was weiß ich kann sich das schon wieder ändern und es braucht wieder anpassungen zusätzlich sage ich jetzt noch in dieser datei hier dass ich den awahi demon auch nicht starten möchte indem ich dort eine bedingung einfüge die dafür sorgt dass er eben auch nicht gestartet wird also awahi da brauchte ich mehrere stellen damit ich das eben ja deaktiviert kriege also der ist relativ hartnäckig da aber vielleicht braucht man auch teile davon nicht je nachdem kommt drauf an dann was anderes was ich hier eben als problem mit drin hatte ich hatte auch andere ip adressen hier jetzt habe ich hier die 23 in meinem skript drin die habe ich da dann bekommen das ist dieser ja entweder der cp client oder das awahi was jetzt einfach mal ip adressen sich auswürfelt einfach mal für sich alleine und dann sagt er diese ip adresse die wollen wir haben was eben dieses ergebnis hat dass die netzwerk schnittstelle ihm zwei ip adressen hat so dass es keinen funktionsfähiges routing gibt da habe ich mir jetzt das so gebaut dass ich erst mal gucke welche ip adresse aus diesem 169 irgendwas bereich ich da gerade habe und dann falls es dort eine gibt also wenn meine maßnahmen hier noch nicht gegriffen haben bzw die greifen insofern ja erst nach einem neustart dass ich über awahi keine neue ip adresse bekomme bzw über den dhcp client nichts ausgewürfelt kriege will ich jetzt aktuell auch diese zusätzliche ip adresse mit sowas auch wieder los werden also gucke ich mir erst mal aus in dieser variablen welchen namen meine netzwerk schnittstelle hat also früher war es einfach so eth0 hieß einfach die netzwerk schnittstelle bei dem raspberry pi die interne und damit waren wir eigentlich alle glücklich aber es gibt ja diese ja so neu sind sie jetzt auch nicht mehr aber diese netzwerk geräte namen die sich nicht vor vorhersagen lassen die zwar statisch sind bei jedem hochfahren sind sie halt wieder gleich aber wenn man jetzt verschiedene geräte hat von daher können die sich halt denn auch ändern weil es hardware bezogen ist von daher gucke ich jetzt mit hier ip a und dem namen von dieser ip adresse guck mir da die richtige spalte raus also die spalte 8 da steht denn drin ja das gerät heißt sowieso und dann mache ich hier über ip a zweimal das entfernen dieser ip adresse einmal sogar hier statisch auf eth0 sicher ist sicher kann man machen und falls dieses gerät noch irgendwie anders heißen sollte bekomme ich es wohl im zweiten mal mit also das ist wiederum diese kategorie doppelt dreifach sicher ist sicher von daher wenn ich da denn keine gültigen netzwerkeinstellungen habe und dann wieder mit maustastatur und beziehungsweise monitor dran müsste das finde ich einfach bloß lästig also von daher lebe ich lieber mit so einem skript was denn dasselbe mehrfach macht und ich dann sicher bin dass es jedenfalls einmal funktioniert hat dann haben wir als nächstes noch dass das ipv6 wiederum in dieser datei datei hier der boot cmd line txt deaktiviert wird denn es kann jedes mal bei so einem update von diesem raspberry pi os passieren dass diese datei überschrieben wird und damit ich sicher bin dass diese modifikation auch jedes mal wieder durchgeführt wird werde ich jetzt hier jedes mal bei jedem hochfahren eben gucken ob in der datei das richtige drinsteht wenn ipv6.disable drinsteht ist alles so wie es haben möchte wenn das jetzt fehlt wird hier die änderung wieder vorgenommen und danach wird diese variable eben auf eins gesetzt sodass wir hinterher ein reboot neustart machen und das wird dann hier eben ausgeführt ja und mit diesem ja sagen wir mal eher doch hässlichen skript habe ich es jetzt so weit hingekriegt dass das ich jetzt wirklich reproduzierbar meine ip-adresse habe dann schreibe ich das auf eine sd-karte fahr davon hoch ich habe die ip-adresse die ich haben will kann mich bei ssh einloggen und alles ist so wie es haben möchte eine weitere modifikation die eben auch auf der partition mit dem betriebssystem guckt die schaut jetzt nach ob es dort ein unterverzeichnis etc network gibt dort werden eben die ja einstellungen für netzwerk karten hinterlegt unter debian raspberry pi os und derivaten ist zwar auch von der art her schon so ein bisschen veraltet gibt ja network manager und netplan und co aber das funktioniert bei den images von dem raspberry pi os und dem debian 11 image immer noch dort schreibe ich jetzt einfach statisch meine werte rein die ich haben möchte die müsst ihr natürlich vor euer netzwerk anpassen hier heißt das ding es eben auch eth0 diese netzwerkschnittstelle ist normalerweise so dass das wirklich unter dem raspberry pi os und dem debian 11 genauso heißt wenn es aus irgendwelchen unerfindlichen gründen anders heißen sollte müsst ihr das eben auch anpassen oder wenn jetzt ein usb netzwerk adapter haben sollte heißt das eben auch anders und ihr müsst es halt dementsprechend anpassen je nachdem wie es braucht da werden jetzt hier die statischen regeln für die netzwerkschnittstelle eth0 hinterlegt also in meinem fall hier die statische ip adresse 12 168 122 netzwerk maske entsprechend network genau dann broadcast eben auch festgelegt also quasi alles so nach schema gateway müssen natürlich auch anpassen ist bei mir hier mit der 5 am ende bei euch wird es bestimmt anders sein und dann den dns server ist bei mir eben und gleichzeitig auch noch das gerät hier hat auch die fünf also das müsst ihr eben so anpassen wie es braucht dann setze ich an einer weiteren stelle eben auch noch den dns server in der datei etc resolve konf da schreibe ich meinen dns server eben auch noch mal rein mit dem schlüsselwort name server davor dann wechsel ich auch noch das passwort für den benutzer pay und gut in dem ich das auf test einfach setze die benutzer passworte sind hinterlegt unter etc shadow die sind in einer geste form also ich kann die nicht lesen aber was ich machen kann ist ich kann mir selbst ein beliebiges passwort hashen und dann bekomme ich halt so ein hash wert hinterher raus sieht komisch aus aber das ganze hier das heißt einfach test in gäster form und wenn ich jetzt den vorhandenen herstellen dieser etc shadow drin stehen habe wenn ich ihn ersetze durch dieses dings hier dann ja wird das passwort eben für den benutzer pay einmal geändert und eben für den benutzer root so dass ich mich bei beiden eben mit test als passwort einloggen kann damit das ganze eben auch mit root funktioniert stufe ich die sicherheit noch mal runter indem ich hier halt sage ich möchte den zugang per root erlauben normalerweise ist das nicht zulässig aus ja sicherheitsgründen ist eine gute idee das zu machen das könnt ihr natürlich auch hier weglassen dann könnt ihr euch eben bloß über den pay benutzer einloggen und dann macht ihr su oder sudo damit ihr eben root rechte erlangen könnt ihr könnt natürlich auch andere dinge machen indem ihr zum beispiel den ssh schlüssel hinterlegt dann braucht ihr jetzt den umweg hier darüber nicht zu machen da könnt ihr denn zum beispiel sagen statt hier permit root login yes dann könnt ihr sagen dass ihr bloß den zugriff über ssh schlüssel erlauben möchtet das ist schon eine ganze stange sicherer oder ihr lasst das ganze zeug sie halt weg dann oder ihr denkt euch den anderen hash wert für euer lieblings passwort aus also ihr könnt das eben anpassen wie ihr wollt das ist letztendlich bloß ein vorschlag dieses skript also macht da draus das was ihr meint was für euch am besten ist nachdem jetzt diese schleife einmal durchgelaufen ist für die erste partition wird die auch wieder ausgehängt dann läuft die schleife noch mal durch für die zweite partition und dann wird es hinterher eben auch ausgehängt und nachdem diese änderungen in dem image gelandet sind müssen wir noch ein bisschen aufräumen mit dem k part x minus d werden jetzt diese zwei geräte dateien die auf die zwei partitionen zeigen wieder gelöscht und hinterher wird das modifizierte image eben auch noch mit gz komprimiert und mit pi gz wird die parallele variante von dem gzip algorithmus verwendet wenn ihr jetzt zwei cpus habt dann dort quasi bloß noch die hälfte der zeit wenn ihr jetzt drei habt eben nur ein drittel und so weiter und so fort also von daher das macht es jetzt noch mal ein bisschen schneller und mit der minus 9 das ist die beste kompressions variante da das ganze ja mit root rechten gestartet wird das skript würde jetzt diese neue komprimierte image datei eben auch bloß für root halt zugänglich sein dann ja kann man die als normaler benutzer halt nicht löschen oder ja das wäre irgendwie doof von daher mache ich hinterher noch so ein ch mod 7 7 7 7 das bedeutet dass alle benutzer diese image datei lesen schreiben ändern löschen sonst was mit dürfen ja und von daher ja ist natürlich auch ein potenzielles sicherheitsproblem wenn man es ganz genau sieht aber das ist jetzt eben auch für die bequemlichkeit ja das ist jetzt einmal das was sie das skript macht nehmt es als vorlage vielleicht für eigene experimente für eure eigenen anpassungen macht daraus das was ihr wirklich braucht ja das war's dann auch für dieses mal ich hoffe es hat euch geholfen macht es nach modifiziert ist dann ja was aber noch abonnieren natürlich nicht vergessen glocke drücken weitersagen und bis zum nächsten mal und tschüss ich bin der hauptentwickler vom software verteilungssystem m23 und daneben biete ich eben auch verschiedene dienstleistungen an zu m23 natürlich zu linux und freie software ich entwickle software in diversen programmiersprachen ich administriere ich biete jetzt auch premium online schulung an support und beratung zu quasi allem was irgendwie mit linux und open source zu tun hat im laufe der zeit ist auch ein handbuch entstanden aus diversen workshops das administration von debian und co im textmodus heißt seit neuestem biete ich auch individuelle premium online schulungen an die können zu verschiedenen wunschthemen aus dem linux open source bereich sein wie zum beispiel m23 für entwickler oder eben auch für administratoren dann administration von verschiedenen distributionen zum thema sicherheit free epa paket management und so weiter und so fort da habe ich eine menge gemacht oder eben auch zum thema entwicklung das kann pakete bauen sein oder skript programmierung grundlagen von c plus plus oder ja diversen anderen dingen mehr sollte das ganze noch nicht interessant genug sein so können wir daraus auch ein online escape game machen dazu habe ich so ein szenario entwickelt mit sound effekten und je nachdem worum es in eure individuellen schulung gehen soll kommen da auch spezielle rätsel dazu die genau dazu passen fragte einfach mal nach wenn ihr interesse habt dann könnt ihr mein kontaktformular nehmen und einfach mal fragen ob wir da was zusammen machen können ob die irgendwie ja dienstleistung von mir haben möchte schulungen oder was zu m23 wissen wollt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020